Guten Abend, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur ZIP 2. Soll Australiens viel kritisierte Flüchtlingspolitik zum Vorbild für Europa werden, wie Außenminister Kurz vorschlägt? Insellösung. Bootspflichtlinge könnten zurückgeschickt oder auf Inseln eingesperrt werden. Die Kritik an den Vorschlägen von Kurz ist groß, der Außenminister ist dazu live im Studio. Time to say goodbye. Knapp drei Wochen vor der britischen EU-Volksabstimmung liegen die Austrittsbefürworter in Umfragen vorne. Praxis trotz Verbot. Genitalverstümmelung ist in Ägypten offiziell verboten und trotzdem sterben immer wieder junge Frauen an der grausamen Tradition.